So, das ist das geilste Objekt, was es hier gibt. Am 3.6.04. Neu gemacht. Und wenn du da vorgehst, absoluter Wind. So tief geht's rein. Die Steilwand über dem Stollen, wie man sieht. Und hier gibt's ganz viel davon. Schneckchen. Aber der Hammer, wie gesagt, ist einfach dieser Stollen. Man höre einfach nur den Wind. Merkst du das? Wollen wir ein bisschen Geleuchtung machen. Vielleicht sieht man ja beim Füllen dann besser. Achtung. Da. Tunnelröhre. Wuhuuu. Wuhuuu. Wuhuu.